So, willkommen zum heutigen Video. Heute sprechen wir mal über meine 14-Tage-Erfahrung mit 34 Trainings in zwei Wochen, sprich drei Trainings pro Tag und zwei Restdays die Woche. Viel Spaß, los geht's. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel, wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch vollzeit arbeiten gehen muss? Als einer der besten Bodybuilder auf der Welt kann ich dir ziemlich gut dabei helfen. Und jetzt endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken. Dann hör auf weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was schick ist für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Ja, wie schon erwähnt, ich war dreimal täglich im Gym, drei Sessions am Tag. Das war strukturiert, morgens Cardio, Workout Nummer 1 und Workout Nummer 2 zeitlich gesehen war das so. Ich bin zwischen 7 und 8 Uhr aufgewacht, dann habe ich eine Stunde gewartet, bis die Fatburner wirken. Dann war ich im Gym, habe eine halbe, dreiviertel Stunde Stermaster gemacht. Wahlweise sehr selten war ich laufen auf dem Laufband mit leichter Schräge. Ich würde aber sagen, zu 90 Prozent war das der Stermaster. Dann ging es zurück ins Apartment nach dem Stretching und dem Vakuum. Da gab es dann Frühstück und eine Stunde nach dem Frühstück direkt das erste Workout. Dann ging es zurück, Mahlzeiten dazwischen, gehe ich gleich ein bisschen näher darauf ein. Und dann ging es in Session Nummer 3, also ins zweite Krafttraining gegen Nachmittag. Und anschließend dazu hatte ich dann meistens noch etwas Bewegung in Form von Personal Trainings oder einem Spaziergang, den ich aber nicht explizit zu der Routine dazu gezählt habe. Also wir werden gleich mal vergleichen. Ich habe alles aufgeschrieben, wie viele Schritte ich gemacht habe, wie viel Prozent wir in der Woche in Intensität nach oben gegangen sind, in Schritten, wie sich mein Schlafverhalten hat und so weiter und so fort. Sehr detailliert aufgeschlüsselt, sodass ihr sehen könnt, was genau wann und wieso passiert ist in diesen zwei Wochen. Ich habe mir dazu natürlich vorbildlicherweise ein Exercise Book, ein Trainingslog zugefügt und mir jedes einzelne Training aufgeschrieben, jeden Satz, wie viel Gewicht ich bewegt habe, wie viele Wiederholungen ich geschafft habe. Anschließend eine Zusammenfassung der Woche von Montag bis Sonntag in Kalorien, wie viel ich verbrannt habe, wie viel Schritt ich an den Tagen gemacht habe und wie viel ich geschlafen habe und im Anschluss dadurch natürlich den Durchschnitt. Wir gehen jetzt jetzt alles mal gemeinsam Schritt für Schritt durch. Kommen wir zum Trainingsplan und damit beginnen wir auch schon. Und den habe ich in fünf Trainingstage geteilt, wie schon gesagt. Fünf Tage Training, zwei Tage Pause. Der erste Tag beginnt mit Schultern und Waden. Hier haben wir acht Sätze für die Schultern, drei Sätze Seitheben, zwei Sätze Schulterpresse und drei Sätze Reverse Fly. Anschließend dazu zwei Sätze Seated Calf Races und zwei Sätze Standing Calf Races. Vorweg, es sind relativ wenig Arbeitssätze und es hat folgenden Grund. Ich habe versucht, Junk Volume, also diese fünf Millionen Warm-Up Sets, diese Findungssätze, diese nicht an Muskelversagen Sätze einfach komplett zu streichen und nur die Sätze zu performen, die ich wirklich ans Limit mache. Natürlich hatte ich bei einer Schulterpresse zuvor mal einen Warm-Up Satz, um reinzufinden, um mich ans Gewicht heranzutasten. Bei Kniebeugen waren es vielleicht sogar zwei, bei Kreuzheben auch. Aber ich habe nur die Arbeitssätze gezählt und versucht, Junk Volume, also dieses unnötige Satzgedöns, einfach rauszulassen und mich auf das Wesentliche zu fokussieren, was sehr, sehr, sehr gut geklappt hat. Natürlich hat es ein bisschen Zeit gebraucht und ein bisschen Gewohnheit, bis es alles soweit war, aber an und für sich hat es wirklich hervorragend funktioniert. Die Session Nummer zwei war dann zweimal sitzend Beinbeugen, dreimal Stiff Leg Dead Lifts, zweimal Lying Leg Curls und zweimal Hyper Extension. Oder Hyper Extension, keine Hyper Extension über den Rücken, sondern wirklich nur Spannung über den Beinbeuger und die Gluts. Rep Ranges waren ungefähr 13, teilweise bis hoch zu 20 Wiederholungen. Ich habe hier bei den Seeded Leg Races teilweise sogar 18. Also wir waren in einer moderaten Rep Range und so halte ich das auch gerne ganz getreu dem Y3T Woche 2 System. Also da sind wir ungefähr zwischen 10, 14, 12 bis 16 Wiederholungen. Da fühle ich mich ganz wohl, da ist das Gewicht nicht allzu hoch. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin in der Wettkampfvorbereitung, jetzt zu diesem Zeitpunkt 10 bis 9 Wochen zur Olympia. Wenn man sehr, sehr viel Gewicht benutzt, mag das zwar einen sehr effizienten Trainingsreiz geben, aber auch eine sehr hohe Belastung auf Gelenke und auf Muskulatur, die durch ein Kaloriendefizit natürlich angreifbarer sind, als wenn man jetzt in der Off-Season mit reichlichen Nährstoffen getankt ist und Mineralstoffen. Das ist einfach nicht so. Zudem haben wir in diesen 34 Sessions sehr, sehr viel Stress auf den Körper ausgeübt. Und ich bin in jedem Aspekt ans Maximum gegangen. Ich hätte vielleicht noch das eine oder andere Cardio dazu packen können, aber ich glaube, das wäre einfach too much gewesen. Das Resultat des ganzen Pro und Contra seht ihr dann in Folge des Videos. Aber jetzt lasst uns erstmal weiter über das Training sprechen. Das zweite Training war dann Brust und Trizeps. Zwei Übungen, zwei Sätze Kärbefleiß, dreimal Inkline, zweimal Brustpresse. Dann gab es für den Trizeps zwei Overhead und zweimal Rope Pulldowns. Auch hier moderate Rep Range. Die Fleiß waren etwas höher mit 20 Wiederholungen und die Inkline etwas niedriger mit teilweise sogar nur 9,5 Wiederholungen. Das war dann halt Failure, gefolgt von der nächsten Einheit Quads. Zwei Sätze Beinstrecker, drei Sätze Hexquad, zwei Sätze Leg Press, zwei Sätze Lunges und drei Sätze Adduktoren. Bei Quads versuche ich wirklich sehr, sehr, sehr viel zu machen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Armen, da hatte ich vier Sätze, zweimal Rope und zweimal Overhead. Der Trizeps ist durch das Brusttraining schon ein bisschen angegriffen, also muss ich da nur die Kirsche auf die Seine setzen. Wohingegen bei den Quads, da lasse ich es brennen. Also wir sind hier bei 5, 7, 9 mit den Adduktoren bei 12 Sätzen. Und das Ganze machen wir, wie gesagt, doppelt die Woche. Also habe ich in der Woche 24 hocheffektive Arbeitssätze, was in meiner Welt schon knackig ist. Ihr werdet hier gleich mal ein Bild eingeblendet sehen, um die Philosophie etwas besser zu beschreiben. Ich bin der Auffassung, dass ein Muskel nicht länger als drei, vier Tage braucht, um zu regenerieren. Vorausgesetzt, die Regeneration ist gegeben. Sprich, Schlaf, die Nährstoffe sind zur Verfügung. Man kümmert sich ein bisschen um seine Mobilität, Flexibilität, Massagen. Es sollte einfach alles in einem guten Umfeld von Wachstum stattfinden. Nährstoffe, das Essen muss halt richtig sein, das Stresslevel darf nicht so hoch sein. Jetzt aktuell befinde ich mich in einer extrem, extrem stressfreien Phase. Ich habe versucht, möglichst alles auszublenden, was nicht Olympia-gerecht ist. Dementsprechend hatte ich relativ viel Zeit. Neben meiner Haupttätigkeit als Coach, die ich natürlich online machen kann und am Handy und am Cardio und am ganzen Tag, habe ich nur noch Personal Trainings, was auch im Fitnessstudio ist und ich mit einkalkuliert habe als NEED. Also Non-Exercise, Thermogenesis und so weiter, um meine Schritte hochzuhalten, um die Kalorien über den Daumen zu peilen. War ja auch alles getrackt. Bis auf das habe ich nichts anderes getan in diesen zwei Wochen. Gehen wir jetzt aber weiter in die weiteren Trainings. Dann kommen wieder die Schultern und die Waden. Ähnliches Training wie zuvor. Und dann Rücken und Bizeps. Zwei Sätze Pullovers, drei Sätze T-Bar-Rudern, zwei Sätze Close-Grip-Pulldowns, zweimal Scott-Curl und zweimal Spider-Curl. Auch hier habe ich einen massiven Fokus auf meinen Rücken bzw. auf den Beinbeuger. Deswegen kommt beim Beinbeugertraining auch relativ viel Volumen zusammen, genauso wie hier beim Rücken. Generell Beine, finde ich, muss man schon etwas härter rannehmen, wie zum Beispiel den Bizeps. Deswegen ist hier das Volumen etwas höher, wobei wir auch hier nur sieben Sätze insgesamt für den Rücken machen. Wie gesagt, sieben richtige Sätze mal zwei sind 14 Sätze die Woche. Und wir haben Übungen wie zum Beispiel T-Bar-Rudern, die ballern schon ins Gebälk. Also die muss man schon mal recovern. Und wie gesagt, bei drei Sessions war das schon nicht unbedingt leicht. Dann kommt wieder Brust und Trizeps und Beinbeuger. Auch hier wieder Seated, Stiff, Lying und Hyper-Extension. Und dann geht die Geschichte quasi so weiter. Sie wiederholt sich quasi. Wir haben also mehrmals dieselben Tage bzw. dieselben Trainings. Wobei der Samstag der knackigste Tag war. Danach war Rest Day, der Sonntag. Das ist auch mein Check-In-Tag. Da mache ich im Prinzip nichts anderes als statt 30 Minuten Cardio eine Stunde. Da hacke ich alle Formchecks ein, schaue mir die ganzen Daten an. Und deswegen habe ich mich samstags entschieden, mich aus dem Leben zu feuern. Und zwar morgens mit Quads plus Adduktoren und abends mit Rücken. Das war dann schon richtig heavy. Selbes Training wie zuvor auch. Das wurde durchgezogen ohne Wenn und Aber. Ich muss aber auch sagen, an dem Samstag war ich geschafft. In der Regel war das auch der Tag, an dem ich noch zwei Personal Trainings hatte. Das heißt, ich war mehr oder weniger den ganzen Tag im Fitnessstudio. Von morgens um neun bis abends um sieben oder um acht. Das war dann schon teilweise genug. Da war ich froh, dass der Sonntag dann kam. Soweit zum Training. Kommen wir jetzt mal zu meiner Ernährung. Wie ihr wisst, ich bin jetzt wenige Wochen zur Olympia. Das heißt, wir haben die Kohlenhydrate und die Gesamtenergiebilanz schon etwas nach unten gesenkt. Aktuell befinde ich mich bei zweieinhalbtausend Kalorien. Ich spicke ab und zu hier mal auf mein Handy, dass ich nichts vergesse. Ich habe hier 244 Gramm Kohlenhydrate, 273 Gramm Protein. Das variiert je nach Off-Tag oder Trainingstag. Protein-Shake, ihr wisst, also zwischen 270 und 300 Gramm Protein und 50 Gramm Fett. Was für meine Verhältnisse eher wenig ist. Aber dadurch, dass ich so ein hohes Trainingspensum habe, habe ich die Kohlenhydrate etwas erhöht gelassen. Die haben Potenzial, viel Energie zu liefern, schnell verfügbare Energie, statt den Fetten, die dann tatsächlich länger brauchen. Das ändere ich jetzt aber natürlich nach dieser Phase wieder um. Das heißt, die Fette gehen etwas hoch, die Kohlenhydrate etwas runter, weil einfach weniger Notwendigkeit besteht. In Mahlzeiten aufgeteilt sind es 240 Milliliter Eiklar. Seht ihr auch hier eingeblendet. Drei Eier, Sochini und Reiswaffeln. Mahlzeit Nummer 2, ich blende das jetzt immer mal hier ein, dass ihr da ein bisschen mitschauen könnt. 150 Gramm grünes Gemüse, gekochter Basmati-Reis. Also wir rechnen hier in Dubai gekocht und nicht ungekocht, leider. Und Schrimps. Danach gab es ein Pause-Workout. Wenn ich zweimal trainiert habe, habe ich diesen Pause-Workout in zwei geteilt. Also zweimal 20 Gramm Rice-Cream und zweimal 15 Gramm Whey. Ja, das ist ziemlich mager, ich weiß. Aber ich wollte nach dem Training möglichst schnell verfügbare Nährstoffe haben. Rice-Cream gekocht ist relativ schnell verdaubar, auch wenn der glykämische Index nicht allzu hoch ist. Also es piekt Insulin nicht so stark wie das Gummibärchen natürlich. Aber ich wollte mir einfach nicht nehmen lassen, mir mein Rice-Cream und mein Verum-Whey gemischt mit dem Peanut. Das ist echt sexy. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Direkt danach gab es aber schon eine Mahlzeit. Und zwar nochmal 180 Gramm Basmati-Reis, Zucchini und Tilapia. Übrigens sehr, sehr guter Fisch. Mag ich sehr. Und der Feierabend-Salat. Wenn es dann nach dem Personal Training so um 8, 7, 8, 9 Uhr nach Hause ging mit meiner Frau. Da gibt es eine gute Ladung Gemüse, viel Ballaststoffe und nochmal 250 Gramm Schrimps. Und am Abend meine Somnia-Bowl. Die werde ich euch sehr bald auch schon vorstellen. Das ist quasi ein Kübel, ein Kilo aus 400 Gramm Joghurt gemacht. Mit dem Somnia gemischt. Und das ist die Mahlzeit. Da schauen wir eine Folge Netflix, Breaking Bad aktuell mal wieder. Und während ich das esse, werde ich dann schon müde. Und wenn ich das gegessen habe, kann ich mich dann auf die Couch legen. Ins Bett legen und langsam schlafen. Also wirklich eine wundervolle Sache. Da sind dann die meisten Fette drin. Mit Nüssen, ein paar Blueberries und Karotten. Ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an. Aber ich hätte gerne irgendwas zum Kauen in meinem Joghurt, in meiner Somnia-Bowl. Also wechsle ich ab zwischen, es wird noch ein bisschen ekliger, Gurke und Karotte. Ist aber gar nicht so schlecht. Wir machen das mit Jelly, also mit Gelantine und Joghurt gemischt. Das gibt so eine richtig solide, geile Masse. Also wirklich eine tolle Sache. Und das war es mit der Ernährung. Ich habe alle meine Proteine gedeckt. Die Fette sind, wie gesagt, ein bisschen niedrig. Kohlenhydrate für meine Verhältnisse eher hoch. Ich bin persönlich kein Kohlenhydrat-Fan. Die machen mich in der Regel sehr müde. Aber dadurch, dass wir sie häufiger über den Tag verteilt haben, habe ich so einen relativ konstanten Blutzuckerspiegel. Gegen Abend versuche ich, wie ihr gesehen habt, möglichst auf Kohlenhydrate zu verzichten. Da habe ich nur in Form von grünem Gemüse ein paar Kohlenhydrate. Eher wohl Ballaststoffe, aber dennoch gezielt als Kohlenhydrate. Nicht zu vernachlässigen. Und jetzt wird es sehr spannend. Ich habe mir das hier auch nochmal extra für euch rauskopiert, dass ihr das sehen könnt. Ich blende das auch hier ein. Und zwar Pre-Workout gab es pro Training, also wir rechnen das doppelt, jeweils einen Scoop Galenicus Pump. Und das mit gutem Grund. Zwei Scoops Galenicus Pump sind übertrieben. Ich kann es nicht anders sagen. Der Pump ist einfach so stark, dass ich nach der zweiten Übung kaum mehr Muskelgefühl habe. und es im Training einfach unerträglich wird, weil der Muskel so festdrückt. Ich weiß, ich bin jetzt in der Tiet sehr insulinsensibel. Das heißt, alles, was ich an Kohlenhydraten esse, kommt sehr gut an. Ich bekomme sehr schnell einen Pump. Ich mache da noch Salz rein, dass man einfach eine bessere Muskelansteuerung hat, weniger Krämpfe und besser mineralisiert ist. Aber zwei Scoops Galenicus Pump, ihr dürft es gerne selbst ausprobieren. Sehr, sehr große Empfehlung. Unheimlich viel Wirkstoff da drin. 8.000 Milligramm Arginin, 3.000 Glycerol, Arginin-Nitrat. Also eine Mischung aus Arginin und Nitraten ist halt einfach klug. Und noch so viele andere geilen Sachen. Das bläst ohne Ende. Dazu 10 Gramm Kreatin-Monohydrat. Und wenn ich es gebraucht habe, Stim-Caps. Ich muss zugeben, zum späteren Workout habe ich den nicht mehr benutzt. Es hat meinen Schlaf dann doch, ich würde sagen, etwas gestört. Die Stim-Caps sind auch, sagen wir mal, sehr potent. Da sind Dinge drin, wie Koffein zum Beispiel, in einer guten Dosierung, die dich enorm pushen und Ternin, dass das Koffein einfach noch potenter macht. Also es sind Sachen drin, eigentlich dürfte das nicht legal sein. Es sind Dinge drin, die dich sehr anheizen und zugleich Dinge, die das Limit deines Körpers quasi nach unten setzen, sodass die Sachen einfach noch potenter wirken. Das ist total verrückt. Also die Zusammensetzung ist noch im Rahmen des Legalen, aber sehr klug und smart gelöst. Morgens vorm Cardio, das ist meine ganz normale Routine, habe ich 500 bis 1000 Milliliter Wasser und Lemon Juice, also Zitronensaft aus einer Zitrone gepresst. 10 Gramm Glutamin Plus, für die Verdauung unheimlich wichtig, Akazienfasern sind da drin. Gibt es übrigens auch Studien mittlerweile zu Akazienfasern, die sagen, dass man 80% weniger Blähungen hat, 75% weniger Magen-Darm-Beschwerden in general, also im Allgemeinen. Schaut euch die Inhaltsstoffe an. Garnicus hat auf der Webseite selbst auch alle Studien verlinkt. Wenn es euch interessiert, wenn ihr so ein kleiner Hobby-Nerd seid wie ich, ihr könnt da alles nachlesen. Es ist alles sehr, sehr ausführlich beschrieben und 3 Stim Caps, also morgens vom Cardio Stim Caps und vor dem ersten Workout, vor dem zweiten nicht mehr zugegeben. Als allgemeine, ich sage mal Health-Gesundheitsoptimierer, ganz klar Omega-3, da würde ich wahlweise sogar sagen, dass ich mehr genommen habe, 3x3 Stück. Hier sind es zweimal mit Vitamin D3 und K2 und Multivitamin, ganz wichtig, die gibt es immer direkt nach dem Frühstück. Post-Workout, Re-Adapt, sorgt einfach dafür, dass mein Cortisol, mein Stresspegel sinkt, denn ich habe nach dem ersten Training meistens einen Nap gemacht, so eine Stunde, habe ich mich hingelegt. Auch wenn ich nicht ganz geschlafen habe, ich konnte mich sehr, sehr gut entspannen. Und das ist wichtig, dass am Tag der Stresspegel so weit sinkt wie möglich, dann bin ich aufgewacht und direkt wieder ins Training gehüpft. Da ging es dann wieder bergauf. Aber Re-Adapt ist ein unheimlich gutes Supplement, gerade mit dem Ashwagandha, mit den ganzen Adaptogenen, also stresslindernden Nahrungsergänzungsmitteln da drin. Vitamin C, ebenfalls Cortisol senkend, außerdem sehr gut für das Immunsystem. Ich glaube, da muss ich nicht weiter drüber reden. Über Magnesium ähnlich, das ist einfach beteiligt an 300 Stoffwechselprozessen. Magnesium ist ein absolutes Essential. Pre-Bed, und das ist so, finde ich, extrem wichtig. Gab es nochmal Re-Adapt mit oben drauf, also sechs Kapseln Re-Adapt am Tag. Glutamin Plus, auch hier nochmal, das kommt in die Somnia Bowl mit rein. Zink, Vitamin C, also zu Zink, ich weiß nicht, ob ich dazu noch was erklären muss. Immunsystem, unheimlich wichtig, für die Hormone unheimlich wichtig. Also wenn ihr gerne noch mehr dazu wissen wollt, bitte schreibt es in die Kommentare. Und Omega-3. Auch hier, wie gesagt, es spricht gar nichts dagegen, zwölf Kapseln Omega-3 zu nehmen. Im Prinzip ist wichtig, wie viel EPA und DHA über den Tag nimmt. Und da sollten 3000 Milligramm reiner Wirkstoff, ich rede nicht von 3000 Milligramm Öl, also drei Kapseln, sondern 3000 Milligramm Wirkstoff im System sein. Und dazu braucht man, je nach Firma, Garnikus ist relativ hoch dosiert, zwischen sechs und zwölf Kapseln. Hier sind jetzt sechs aufgeschrieben. Ich tendiere eher zu neun, sogar zu mehr. Omega-3, Hormonbereitstellung, Immunsystem, antientzündliche Prozesse. Mit Omega-3 steht und fällt ganz viel, das dürft ihr nicht vergessen. In unserer alltäglichen Ernährung ballern wir uns so viel Omega-9 und Omega-6 rein, dass wir einfach unheimlich viel Omega-3 konsumieren müssen, um die Range zu halten. Kurze Erklärung dazu. Omega-6 und 9 ist eher so entzündungsfördernd. Vor allem Kohlenhydrate sind sehr entzündungsfördernd. Deswegen Omega-3 hochhalten, dass man da einigermaßen die Balance hält. Und ja, dann gibt es meine Sedativum-Bowl und zwar mit dem Somnia. Ein Scoop Somnia und drei Milligramm Melatonin, also drei Kapseln Melatonin dazu. Mittlerweile bin ich sogar bei fünf. Ganz einfach, weil Melatonin eins der besten Antioxidantien ist. Und bei so viel Trainingsload und Stress, also je mehr man trainiert, desto mehr produziert man freie Radikale. Das sind so diese Zelltöter. Und dazu braucht man Antioxidantien, die dagegen kämpfen. Und Melatonin hat sich herausgestellt, ist eines der effektivsten Antioxidantien. Mit Glutation und NAC und den ganzen anderen Sachen, die man kennt, ist Melatonin da schon sehr groß beteiligt. Und es fördert tatsächlich, da kennt es die meisten, den Schlaf. Nachts wache ich immer mindestens ein-, zwei- oder dreimal sogar auf, um pinkeln zu gehen. Und ich habe immer noch so einen halben Scoop Somnia in meinem Shaker neben dem Bett stehen. Und den ziehe ich mir dann so rein. Und dann bleibe ich da schön sedatiert und schlafe relativ gut und bin erholt. Wo wir jetzt auch zum nächsten Thema kommen, und zwar Recovery. Zum Thema Schlaf. Ich habe mir hier meinen Schlaf aufgeschrieben. Und der Durchschnitt war tatsächlich 8 Stunden und 40 Minuten, was sehr, sehr gut ist. Montag mit Abstand der schlechteste Tag mit nur 5 Stunden und 13 Minuten. Und der Sonntag, haltet euch fest, mit 13 Stunden. Sonntag ist der Tag, da schlafe ich, solange ich kann. Wenn ich morgens um 10 aufwache, dann drehe ich mich nochmal um. Ich robbe mich an meine Frau, ein bisschen süß jetzt, aber ich robbe mich dann an meine Frau, mache vielleicht eine Serie an. Und dann, so wie man sonntags morgens einfach mal liegen bleibt, so sind wir liegen geblieben. Und wenn wir dann 11, 12, 13 Stunden im Bett waren, tip top, ich habe mich danach wie neu geboren gefühlt. Denn danach ist die neue Woche gestartet. Ein weiterer, sehr wichtiger Punkt, Thema Recovery, waren meine Massagen. Ich arbeite hier mit einem der besten Physiotherapeuten zusammen. Der heißt Arnes in der Physiotherapie. Also so heißt auch die Praxis Physio. Und der knedet mich einmal die Woche komplett durch. Der macht Faszienbehandlungen. Der dehnt mich, der drückt mich, der macht Active Release. Der, also mit dem Faszientool, kratzt der mich. Ich habe auch hier überall noch ein paar Blutergüsse und was nicht alles. Also der Typ, der hält mich da schon ganz schön zusammen. Um jetzt mal in die nächste Woche zu starten. Ich habe mal alle Dinge verglichen. Noch ganz kurz abschließend zur ersten Woche. Kalorien im Durchschnitt waren 3.700, die ich verbrannt habe. Sonntag mit Abstand der schlechteste Tag mit 2.700 Kalorien. Und der stärkste Tag, der Montag mit 4.200 Kalorien. In Schritten war der Dienstag der beste mit 14.400 Schritten. Korrigiere, der Freitag mit 14.800. Und der schlechteste, natürlich der Sonntag mit nur 4.000 Schritten. Das heißt im Durchschnitt an Kalorien 3.700. In Schritten 11.100. Und im Schlaf 8 Stunden und 40 Minuten. Jetzt kommen wir mal, und das ist das Allerwichtigste, zum Vergleich. Ich habe beide Wochen verglichen miteinander. Und das ist sehr interessant. In der ersten Woche waren es 3.700 Schritte im Durchschnitt. In der zweiten Woche waren es 4.230 Schritte im Durchschnitt. Das heißt, ich habe 13% mehr Schritte gemacht. In Schritten ausgedrückt, und das ist noch viel krasser, waren es in der ersten Woche 11.100. In der zweiten Woche im Schnitt 14.300. Das heißt, wir haben hier 28% mehr Schritte gemacht. Das ist schon eine ganze Menge. Also ich habe mir versucht, wirklich den Arsch aufzureißen, aufgedeutscht. Ich habe versucht, alles hochzubringen. Schritte, Kalorienverbrauch und so weiter und so fort. Schlaf allerdings hat massiv gelitten. Von 8 Stunden 41 bin ich gerutscht auf 7 Stunden 30. Also 12,3% verloren. Alles in allem war es eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Ich persönlich werde es nicht wieder tun. Aus folgendem Grund. Ich habe mir fast den Brustmuskel abgerissen. Ich habe einen Muskelfaserriss, keinen starken, mit Zerrung. Also es ist noch sehr hart. Es ist nicht stark eingeblutet. Also ich habe kein Loch in der Brust. Meine beiden Hüftknochen haben sehr wehgetan. Und ich war verspannt ohne Ende. Ich würde es nicht empfehlen. Für mich war es jetzt einfach eine zweiwöchige Erfahrung, wie es ist, alles auf Maximum zu machen. Ihr seht jetzt hier nochmal eingeblendet ein Vorher-Nachher-Bild. Vor den zwei Wochen und nach den zwei Wochen. Ich habe knapp vier Pfund verloren, was ungefähr so zwei Kilo sind. Das ist okay. Ich würde auch sagen, dass einiges an Wasser gehalten worden ist in dieser Zeit. Also ich hätte es mit Sicherheit noch ein bisschen leichter sein können, aber der Stresslaut war schon immens. Kalorien habe ich unheimlich viel verbrannt. Ich glaube aber nicht, dass es notwendig ist, wenn man jetzt mal vergleicht, dass ich zweieinhalbtausend esse und laut meiner Uhr, man kann es nicht für 100% nehmen, plus, minus, hier steht, 4.233 Kalorien verbrannt habe, ist das schon ein heftiges Defizit. Das muss nicht sein. Das schadet unheimlich, vor allem dem Metabolismus. Denn der Körper wird sich dem anpassen. Das heißt, klugerweise habe ich jetzt die Woche danach etwas weniger trainiert, also nur zwei Sessions am Tag, einmal Cardio, einmal Krafttraining. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich Rücken- und Beinbeuger dennoch am selben Tag trainiere, allerdings getrennt voneinander. Da ist einfach ein massiver, massiver Fokus drauf und den will ich mir nicht nehmen lassen. Da brenne ich die Hütte ab, wenn es sein muss. Es hat sich aber schon gezeigt, dass ich extrem verbessert bin seit letztem Jahr. Also die Rückseite ist extrem gewachsen. Da blende ich euch hier auch nochmal ein Foto ein. Das war es jetzt mit dem Resümee des Zwei-Wochen-Experiments. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe versucht, das so klar wie möglich zu machen. Wenn ihr Interesse habt an diesem ganzen Protokoll, ist das natürlich für euch zum Download verfügbar. Ich mache das hier unten rein. Wenn ihr mal eine Woche Urlaub habt oder so, könnt ihr das gerne probieren. Da sind alle Supplements drin, alle Wiederholungen, alle Sätze, alle Trainings, Recovery, Tipps und Tricks, worauf ihr achten sollt. Das ist ein 12-Seiten-PDF und lade ich euch herzlich ein. Und das war es jetzt von mir. Ich hoffe, wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mike. Ich hoffe, wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Vielen Dank.